MB Amusement Park TV 1998 fuhr die Achterbahn noch unter dem Namen Marienkäfer Achterbahn und ab 1999 bis 2014 unter dem Namen Froschplitzer, bevor sie dann ihren heutigen Namen bekommen hat. Im Jahr 2019 wurde die klassische Familienachterbahn von Sierra leider stillgelegt und macht Platz für eine neue Attraktion in diesem Jahr. Seht nun noch ein paar neue Aufnahmen der Achterbahn und ein On-Ride von der ersten Reihe und von der letzten Reihe. Viel Spaß und bis bald! Die Sendung wurde vom.lli 9.22 vom. мор Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020